Gut, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Shalia Stevens-Würsik von ShaliaStevens.com. Ich bin heute hier mit Daniela Fehring und wir wollen darüber sprechen, über die Zusammenarbeit. Und Daniela ist eine relativ neue Kunde in Anführungszeichen. Wir haben bereits einen VIP-Halbtag zusammen gemacht und die ersten Coaching-Schritte gemeinsam. Daniela, herzlich willkommen und ja, was sagst du? Ja, danke Shalia, ich freue mich sehr, hier mit dir so ein Abenteuer zu gehen. Ja, gell, dieses immer ein bisschen aufregen, vor die Kamera zu treten. Und ja, ich würde mit dir beginnen, dass du dich einfach mal vorstellst und uns sagst, wo du bist und was du machst und wie du deinen Kunden hilfst, als erste Frage. Ja, okay. Ja, mein Name ist Daniela Fehring. Ich bin hier in Kronberg in Taunus stationiert. Und von hier bereise ich die ganze Welt oder ich gehe zu meinem Kunden, helfe ich vor allem in zwei Bereichen. Das eine ist, wenn es in deutsch-chinesischen oder chinesisch-deutschen Unternehmen Konflikte gibt, werde ich als Konfliktmediatorin oder Troubleshooterin eingeholt. Und einige meiner Kunden sind in Veränderungsprojekte. Und da bin ich dann entsprechend die Moderatorin des ganzen Veränderungsprozesses. Exakt. Und du positionierst dich gerade auch in Richtung dieser strategischen Projekte, gell, diese längerfristigen Veränderungsthemen auch, was sehr spannend ist. Und meine nächste Frage an dich wäre, ja, was war deine Ausgangssituation, als du überhaupt begonnen hast, nach einer Begleitung zu suchen? Ich habe im Moment eine Website. Das ist eine normale Informationswebsite. Da passiert nichts drauf, weil ich früher zwar einen Blog gehabt hatte, aber da ich kein Feedback bekam, fühlte ich mich da relativ in eine virtuelle Lehre hineinredend. Und in meinem Geschäft ist eigentlich eher, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dann habe ich das einfach mal ruhen lassen und Gott sei Dank über Kollegen von dir gehört und dachte mir, das ist eine super Sache, das mal auszuprobieren. Also weg von einer statischen Informationswebsite hin zu etwas Interaktivem. Dadurch natürlich auch Projekte kreierend, langfristige, die du gerade vorhin angesprochen hast, die ich im Moment nicht habe. Einfach Schwung in mein Business einbringen. Schwung in dein Business bringen. Das ist gut. Schwung in dein Business, du bringen das immer gut, gell? Ja, also was waren deine Erwartungen, bevor du dich überhaupt auf diese Abenteuer eingelassen hast, in den ersten VIP-Halbtag zum Beispiel? Eine Struktur, oder mit einer Struktur, die ich nicht kenne, zu arbeiten. Auf Fragen zu stoßen, die ich mir sehr wahrscheinlich selbst nicht gestellt hätte. Dann natürlich auch Informationen zu bekommen, die ich mir sonst mühevoll im Internet hätte zusammensuchen müssen. Ja, also im Prinzip das professionelle Know-how und jemanden, der mich begleitet und dadurch auch zwingt, in Anführungsstrichen Fragen zu beantworten. Ja, ja. Und dann bist du tatsächlich in den VIP-Halbtag gekommen. Was hast du dann tatsächlich erlebt gegenüber die Erwartungen, die du vorher gehabt hast? Es hat voll meinen Erwartungen entsprochen. Ich habe sehr davon profitiert, dass du einerseits den Kundenfokus hast und andererseits eben auch so sehr wahrscheinlich so dein Leitsystem oder so ein Leitfaden. Also für mich hat es sich nach einer Struktur angefühlt, von der ich mich aber nicht eingeengt gefühlt habe, sondern die mir geholfen hat, verschiedene Dinge klarer zu sehen, überhaupt zu formulieren. Ja, ja. Und ich glaube, dass man zu mehr, zu zweit immer weiterkommt als eigentlich alleine. Und das ist so meine normale Berufssituation, wenn ich nicht draußen beim Kunden bin, halt für mich alleine das Rad neu zu erfinden. Und ich habe profitiert davon, dass du einfach im Ganzen, was das Internet anbelangt, weil ich mich da eher als Oldie bezeichnen würde, sondern eben auch, was das Thema Marketing anbelangt. Und da richtig gute Anhaltspunkte zu geben, an denen ich mich jetzt weiter orientieren kann. Ja, bei dem Punkt zu bleiben, also wenn wir über Ergebnisse sprechen, was waren die Ergebnisse für dich für den Tag? Was Marketing, was Onlinekenntnisse, auch was deine Zielgruppe anbelangt, das war auch ein Schwerpunkt an dem Tag. Vielleicht kannst du davon ein bisschen berichten. Ich fand den Kunden-Avatar voll spannend. Ich bin ihm auch schon mal vorher begegnet, habe ihn aber eigentlich nicht aus meiner Perspektive zu sprechen, sondern mir wirklich einen Menschen oder einen Kunden vorzustellen. So bildlich, aber auch so informativ, dass ich von seiner Perspektive ausspreche. Das war für mich ein absolutes Highlight, hat mir auch total Spaß gemacht. Und wir haben ja dann bei dem Fließtext auch gemerkt, dass wenn der Kunden-Avatar mal steht, das kommt von selbst. Ja, das ist so. Und das Witzige war, du machst es ja sehr, sehr lange. Du bist ja nicht seit gestern im Beruf, sondern du bist ein richtiger Profi. Und doch, manchmal, wir setzen uns noch nicht wirklich hin und überlegen, wem will ich eigentlich? Und auch dieses Differenzierte, weil man hat einerseits diese Produkte im Trainingsbereich, diese Produkte oder Programme im Beratungsbereich und dort kommt ein neues Online-Programm. Und dort auch differenziert hinzugucken, was macht den Segment unterschiedlicher als ein anderes Segment, was ich bediene? Ja, also da hat mir auch die Vorarbeit geholfen, wo wir gesagt haben, wer könnte denn deine Zielgruppe sein? Und da sind ja einige Zielgruppen rausgekommen. Und dann eben auch wieder zu fragen, wen möchtest du von denen wirklich? Oder auch, wer bezahlt dir dann letztendlich so eine Leistung? Und dann auch dadurch Klarheit zu bekommen, genau diese Zielgruppe möchte ich ansprechen. Aber es dann eben auch in dem Rahmen der Möglichkeit, dieser Zielgruppe zu machen. Und ein weiterer wichtiges Highlight war auch, dass ich eigentlich die Kunden, die ich in meiner normalen Beratertätigkeit habe, aber nicht immer als die sympathischsten empfinde, die dann auch klar für diese eine Dienstleistung ausschließen zu können. Also die will ich gar nicht ansprechen, die muss ich nicht ansprechen, wenn einer vorbeikommt, okay. Aber um die kümmere ich mich gar nicht, sondern ich kümmere mich wirklich um die Kundengruppe, wo ich denke, dass beide Seiten eine Windwindsituation generieren können. Ja, gell? Also dass diese March vorhanden ist, dass du einerseits vom Herzen mit denen arbeiten willst und die auch sehr stark profitieren werden. Genau. Und ich habe gemerkt, auf jeden Fall bei dir im Nachgang, so die ersten paar Tage und Wochen nach dem Halbtag, hast du auch dich informieren lassen von diesem Avatar, wie deine Angebote dann ausschehen könnten. Du hast es wirklich so abgeglichen. Also, ah ja, wenn das so ist, muss ich dich hier anders ausrichten, oder? Ja, das hat mir total geholfen. Also all das, was ich schon erarbeitet hatte, habe ich umstrukturiert, weil ich da vielleicht auch noch immer noch zu stark von mir ausgegangen bin. Und Profit geben. Ansonsten springt er dir gleich ab. Wieso soll der auch bezahlen? Und das war voll hilfreich. Sehr schön. Und Daniela, du hast entschieden, relativ bald, also nicht sofort, aber bald nach dem VIP-Halbtag weiterzumachen. Was waren deine Beweggründe, das ausgesprochen, den Weg mit mir zu gehen? Was hast du dir gedacht dabei? Ich finde, deine Marketingkenntnis, deine Struktur und deine Lebendigkeit in Kombination, das passt einfach für mich. Ah, sehr gut. Die Lebendigkeit, das ist immer gut. Das höre ich immer wieder. Ich fühle mich auch gut und lebendig. Das ist doch gut. Und was würdest du sagen, wäre bisher, also wir machen das nicht ewig lang zusammen, und der Grund, warum ich ausgesprochen mit dir eben jetzt schon reden wollte, ist, dass ich daran fest glaube, dass es nicht um das In-Ziel immer geht. Also wir dürfen auf dem Weg Fortschritte machen und kleine Schritte, die uns aber große Klarheit bringen, die uns ein gutes Gefühl geben, weil darum geht es letztendlich. Wenn wir uns gut fühlen in unserem Business auf dem Weg, ist das das Wichtigste. Aber wir werden immer ein großes Ziel vor Augen haben, oder? Und meine Frage ist an dich, was ist bisher die größte Veränderung, die du gespürt hast, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, sodass du das Gefühl hast, du bist sehr gut unterwegs? Ich arbeite sehr fokussiert, sehr zielgerichtet. Das heißt, durch deine Begleitung und auch durch das regelmäßige Abholen von dir, bin ich gezwungen, dran zu bleiben. Es wäre ja irgendwo auch peinlich, wenn man auf einmal sagen müsste, das habe ich wieder nicht geschafft und das ist auch irgendwie, und ich meine, Ausreden gibt es immer. Aber für mich ist sehr hilfreich, dass ich, also gezwungen ist das falsche Wort, also ich fühle mich einfach motiviert, weil ich mache es letztendlich für mich, aber irgendwo eben halt auch, ja, für uns beide. Und ich bezahle ja auch eine Menge für diese Hilfe, und ich glaube, das ist auch das, was mich dann motiviert, aus deinem Angebot, hier das Maximum für mich selbst auszunehmen. Ja, das ist auch wichtig, dass du das sagst. Auf Englisch sagen wir dieses Wort Accountability, oder? Also auf Deutsch ist es kein so schönes Wort, dieses Rechenschaft oder Rechenschaftspflicht, aber Accountability finde ich so schön. Einfach zu wissen, da ist jemand, der darüber schaut, der das prüft, mit dem ich irgendwie das arbeite, in einem gewissen Zeitraum auch zusammen, die wir abgesteckt haben vereinander. In unserem Fall diese sechs Monate, wo wir diesen ersten Schritt zusammen machen, das ist ein wichtiger Punkt. Was würdest du den Menschen da draußen sagen, die meine Sachen angeschaut haben im Web, vielleicht meine Newsletter erhalten und Erwägung sind, mit mir zusammenzuarbeiten, die sich aber noch nicht so sicher fühlen oder eben ein bisschen Hemmnisse haben, nochmal Kontakt aufzunehmen? Also ich bin jemand, der sehr spontan entscheidet. Soll ich oder soll ich nicht? Aber so wie ich von dir gelernt habe, sind das die wenigsten. Und wenn ich jetzt an jemanden denke, der zögert. Also ich finde es einfach klasse, von dir sehr klar durch einen Prozess geführt zu werden, mit Fragen konfrontiert zu werden, die auch durch deinen Input, also ich meine, die Fragen alleine könnte man irgendwie beantworten, aber du bringst ja auch noch den Input während der Fragen. Du bearbeitest das, was ich reingebe, noch weiter oder gehst tiefer mit weiteren Fragen. Und das ist das, was man, glaube ich, nur mit einem Coach zusammen erreichen kann. Also dass auch die Aussagen, die ich mache, von dir durchaus nochmal kritisch reflektiert werden, hinterfragt werden. Und was mir bei dir auch sehr gefällt, ist, dass du es immer wieder auf den Punkt bringst, dass du die Sachen immer wieder zusammenfasst. Also dass du nicht, du bist nicht jemand, der sagt, ach, ich glaube, ungefähr habe ich sie begriffen, wo sie hin will, sondern du machst immer wieder eine Zusammenfassung. Das ist jetzt bei mir angekommen. Das scheint der nächste Schritt oder das Thema zu sein. Und das gibt mir auch das Gefühl, ernst genommen zu werden und immer noch in den Prozess eingreifen zu können, weil ich dir ja widersprechen könnte. Ja, das kann man, gell? Man kann immer widersprechen. Ja, und du hast das erste Mal, Daniela, bei diesem unverbindlichen Kennenlerngespräch, nicht nur alleine bist du gekommen, sondern du bist mit zwei anderen gekommen. Würdest du vielleicht denen auch erzählen, wie das ist bei einem Kennenlerngespräch? Weil manche haben ein bisschen Furcht, diesen Prozess durchzumachen, weil das für sie unbekannt ist. Im Gegenteil, also ich finde dieses 30-minütige Angebot genial, weil wir konnten dich kennenlernen und du konntest uns kennenlernen. Und ich glaube, so ein Coaching muss ja von beiden Seiten stimmig sein. Das heißt, du oder ich, wir hätten beide die Möglichkeit gehabt, zu sagen, selbst wenn die andere Partei gewollt hätte, zu sagen, nee, das ist jetzt einfach nichts. Also ich finde, dieses unverbindliche Kennenlernen von dir, was schon sehr hilfreich war, weil auch da warst du sehr konkret in unseren Fragestellungen. Also du hast uns weitergebracht und trotzdem eben auch aufgezeigt, dadurch, wie viele Themen eigentlich noch dahinter sind, die wir bearbeiten müssen, wo dann bei mir eben ganz klar hochkam, ich möchte diesen Weg nicht alleine weitergehen, sondern ich möchte den mit dir zusammen gehen und von dir profitieren. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dankeschön, Daniela, dass du berichtet hast. Das wird vielen sicher weiterhelfen. Ja, würde ich mich sehr überfreuen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.